Willkommen Leute zu einer weiteren Folge mit einer weiteren Verbotenen Karte und zwar dieses Mal zu Chaos Imperator Drache Gesandter des Endes. Die Maskottchenkarte der Verbotenen Karten können wir mal fast sagen, denn das ist eines der heftigsten Monster aller Zeiten und ja, der Effekt ist einfach nur krank. Aber sie wurde erratet vor einer Weile und die Frage ist, kann man die Karte wieder erlauben? Und das sehe ich sehr kritisch. Es ist ein Stufe 8 Finsternis Monster mit dem Typen Drachen und den Werten 3200 und der Effekt kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du ein Licht und ein Finsternis Monster aus deinem Grave verwandst und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden, also der ganz normale Chaos Effekt. Während des Spielzugs, indem du diesen Effekt aktivierst, kannst du keine anderen Karteneffekte aktivieren, okay? Einmal pro Spielzug, du kannst 1000 Life Points zahlen, lege alle Karten auf dem Feld und in den Händen beider Spieler auf den Friedhof, dann füge deinem Gegner für jede durch diesen Effekt auf den Friedhof gelegte Karte deines Gegners 300 Schaden zu. Diese Karte hier ist einfach nur krank. Man kann durch einen Topdeck dieser Karte das gesamte Spiel drehen, das ist ganz klar. Man räumt das Feld auf und die Hände beider Spieler. Und das zum Preis von lächerlichen 1000 Life Points, was man auch kaum als Kosten bezeichnen kann, weil der Gegner halt auch noch Schaden entsteckt, ja? Und das mehr als 1000 wahrscheinlich. Damit kann man nicht nur das Spiel entscheiden, durch den Burn-Schaden, man kann auch gleichzeitig das gesamte Duell resetten. Und naja, die Karten werden nicht zerstört, Leute. Die werden nicht gecrushed, die werden auf den Friedhof gelegt. Das aktiviert viele Effekte gar nicht. Das heißt, der Gegner wird dadurch wahrscheinlich kein Plus generieren können. Klar, das ist auch nicht so angedacht bei Chaos Imperator Drache, aber es wäre vielleicht notwendig, denn eine Topdeck-Karte, die einfach die gesamten Hände der Spieler resettet und plus 6 gehen kann, plus 10 gehen kann, theoretisch. Sowas wollt ihr als Erratum so stehen lassen und nicht weiter verschlechtern? Ich meine, klar, man kann in der Runde keinen anderen Effekt mehr aktivieren, das ist auch ein gutes Erratum, aber ob das genug ist, ist eine gute Frage. Im OCG ist die Karte so, glaube ich, sogar erlaubt und da ist sie nicht so schrecklich, aber ich halte das trotzdem für sehr, sehr fragwürdig. Mich würde da eure Meinung mal sehr interessieren, aber so Sachen wie der Yata-Lock gehen halt einfach nicht mehr. Dass man einfach den Gegner Yata-Gara so gibt und dann, ja, den beschwört, nachdem man schon Chaos Imperator Drache gemacht hat, damit der Gegner nichts mehr ziehen kann. Das habe ich im Yata-Gara so Video erklärt. Das geht nicht mehr, denn man kann keine anderen Effekte mehr aktivieren, aber trotzdem, alles resetten, das ist quasi, ja, ein kompletter Neustart. Dann kommt es wieder auf die Top-Decks an, was zieht man wieder, es kommt Glück ins Spiel. Ich glaube einfach, dass Chaos Imperator Drache einfach mehr Probleme macht, als dass sie sie löst. Ich meine, was will man mit der Karte? Die Karte hat doch nur riesiges Treu-Potential und würde Chaos in den Himmel pushen. Wenn die Karte so auf 1 wäre, okay, Chaos würde nicht ausrasten. Ganz klar, natürlich nicht. Aber wäre die Karte gut fürs Spiel? Mal ganz im Ernst, ich glaube eher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es Erratum ausreicht, damit die Karte für immer, ja, so bleiben kann. Die Karte braucht später noch ein Erratum, wenn sie denn ganz von der Bandlist kommen soll. Und so kann man sie maximal auf 1 oder 2 setzen, mehr nicht. Mehr geht einfach nicht. Es wäre sonst so heftig. Und die Sache ist außerdem noch, wenn man diese Karte hier auf 1 setzt, dann müsste man die anderen Chaos Monster, wie den Dat oder auch den schwarz glänzenden Soldat, diese ganzen Monster, die man halt in diesen Chaos 6 gut spielen kann, die limitiert sind, auf 2 setzen, weil die halt nicht so stark sind wie der Chaos Imperator Drache. Und ich weiß nicht, ob das alles so eine gute Idee ist, diese ganzen OP Monster wieder hochzusetzen, die eigentlich auf 1 prima aufgehoben sind. Aber den Imperator Drachen und die anderen Karten alle auf 1 zu lassen und da keinen Unterschied zu machen in der Limitierung, halte ich für sehr, sehr unverhältnismäßig. Das ist genauso wie diese Situation, dass man damals Rageki wieder auf 1 gesetzt hat, aber schwarzes Loch, ja gut, muss er dann auch wieder auf 2, weil das ist ja schlechter als Rageki, versteht ihr? Und dann hat man zu viele heftige Crush Karten im Spiel. Es hat sich zwar herausgestellt, dass das nicht Broken ist, aber naja, will man das nochmal riskieren? So ähnlich mit Monstern, die wirklich heftige Effekte haben? Ich weiß ja nicht, auch der BLS ist heutzutage noch ein prima Top Deck und kann ein Spiel entscheiden. Und der Imperator Drache sorgt nur für Unfug. Ich will die Karte nicht im Spiel sehen, auf keinen Fall. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze noch weiter erraten wollen würdet, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr verändern würdet. Ich würde natürlich sagen, dass man, naja, nur das Feld auf den Friedhof legt und nicht die beiden Hände. Aber ob das ein zu heftiger Nerf ist, darüber muss man streiten. Kann gut sein, ja, dass die Karte dann zu schlecht wird. Aber, naja, es ist immer noch ein Feld-Nuke. Es ist immer noch ein Feld-Nuke für 1000 Life-Points, die man ziemlich generic spielen kann in vielen Decks, die ja Licht und Finsternis-Monster besitzen. Und das ist schon ziemlich kritisch. Eure Meinung in die Kommentare und weitere Karten, die ihr gerne sehen würdet, in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.